willkommen zurück ich glaube ich werde jetzt wohl mal selten ich hier mal rein was habe ich jetzt eigentlich eingeschmissen die reste so ich werde mir jetzt vorbereiten euch bei termiten hermiten ratten was denn die allergisch halte sich habe ich etwas salziges in der tasche stechen und scharfer jetzt sich stechen inszenz gegen schlitzen okay also mit also damit ja ich wollte was trinken wo die kohle noch mal termiten hügel das war ja an sich mit dem sperr ganz gut hinkommen der mieten hügel immer dicht nehmen gleich in der nähe hier unten das wundert mich immer noch da musste ein geheimnis geben frankline was gibt es könnte es zu ergeben so 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 Blackhands, look out! Moment, 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 Moment. Guckt man da nicht mit so einem Puschel rüber? Gucken wir uns gleich mal an. Jetzt gucken wir uns gleich mal an. Theoretisch möglich wäre, mit so einem Puschel rüber zu fliegen. Sprung ist zu weit. Haut ab. Da liegt ein goldener Zahn. Da drüben liegt ein goldener Zahn. Da muss ich mich hochbauen, definitiv. Das schaffe ich nicht. Da muss ich mich hochbauen. Moment. Tschüss. Ich hab dich geärgert. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Ähm. Ich hab' ne Idee. Wenn ich da raufkomme, dann könnte man da von oben runter springen. Wollte ich mich da nicht hochbauen. Jetzt haust du ab, ne? Erst große Fressen, jetzt abhauen. Hm. Sollen wir zurück. Hier. Och. Dich. Hä? Oh. Einfach dich. Ich hab' jetzt keine Lust zu kämpfen. Aber eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Nö. Warum soll ich auch scared sein? Aber da eine Idee. Wollte ich auch mal ein bisschen vorankommen. Naja. Idee. Müsste ja an sich möglich sein, auf den Holzscheiter raufzukommen. Irgendwie. In irgendeiner Konstellation. Müsste man ja da rüber springen können. Klappt das? Wir werden sehen. dass ich nur noch hier irgendwie raufkomme. Nee, das klappt nicht. So klappt das schon mal nicht. Wie könnte man da jetzt hochkommen? Hm. Ähm, Tee. Nee, warte. Ach. Nee, geh auch nur Schaheld pro Rie. Na? Nee, das ist. Oh Gott. Komm. Nee, das ist. Komm. 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 Hey. Nein, ich brauche mal ein Schild. Ich brauche mal ein Schild. Ich brauche mal ein Schild. Ja, das finde ich irgendwie noch. Ich komme hier nur einmal rum. Nee, nee, nee. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich hier nur einmal rumkomme. Hä? 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 Ich habe hier eigentlich nicht irgendwie einen Durchgang verpasst. Ich würde es nicht sagen. Ich würde es nicht sagen. Es ist ja nicht nur... Ja, was? Ja, was? Einfach fast. Ja, es gibt ja mehr als einen Eingang. Okay. 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 What the... So. Warum ist ja nicht tragisch hier zu sein? Wir müssen halt nur ein bisschen Obacht haben. Ich mache jetzt ein bisschen Schaden an den Küchern. Ja, die einfachen Tränke, ne? Hier ist eine Biene drin. Wie komme ich hier in die Biene rein? Ja. Ja. Komm. Hey. Wir hoffen, dass wir hier eventuell noch goldene Karten kriegen. Gut. Ach. Scheiße. Genau, greift sie an. Oh, mach sie fertig. Mach sie fertig. Gut. Ach komm, stirbt endlich. Ach komm, stirbt endlich. Ja, wir müssen die Königin isolieren. Ei, ei, ei ei. Ei, 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 ei. ja ja ich kam was soll mehr ich schütze ich auch gleich mit fritten und sperrst euch mit fritten das hat sich wesentlich gelohnt langsam richtet sich der wald aus kann man viel reparaturkleber bauen jawohl der mietenarbeiter in gold das hat sich gelohnt jetzt jetzt Das ist jetzt. Habe ich da was für Futter noch bei? Ja. Hallo? Hallo? Ich grüße Sie. Ist hier irgendwas? Was ich noch nicht gefunden habe? Ja, über mir sind Wolfsspinnen. Ganz den Arsch voll. Das weiß ich. Über mir sind ganz den Arsch voll Wolfsspinnen. Das weiß ich. Das ist nicht das Problem. Jetzt sind hier auch schon noch Bienen drin. Ich möchte gerne erstmal alle Termiten einmal aus dem Weg räumen. Naja, Samtmilbe. Äh, Schmiere. Ich glaube, ich habe den Termitenbau jetzt gerade ausgeräuchert. Mein Sperr wieder? Das ist so materialraubend, ne? Egal. Na komm. Die Mietenkönige möchte ich gerne noch einmal schlachten. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Da ist die Termitenkönigin drin, ne? Das weiß ich. Oh. Ah, ihr seid über mir. Ich weiß. Na komm. Na komm. Die Lipprückis. Die Termitenkönigin. König. Der ist salzig und stechend. Wir müssen auch hier rauslocken. Uhu. Da hinten ist er. Na komm. Ich will da hin, wo es hell ist. Ne, 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 mein Freund. Ich bin ja schon bald beim Sperr. Ich kann mich besiegen. Komm raus, mein Digger. Komm. Komm her. Komm. Ja, komm schon. Termitenkönigpanzer. Wenn wir jetzt schon mal da sind, dann können wir gleich einmal gucken. Komm. Kein Problem. So, gibt es hier unten irgendwas, was Special ist? Außer noch mehr Termiten. Komm. Komm. Manchmal frage ich mich echt, wie oft ich man die Gegner töten muss. Ich habe mir ja schon überlegt. Ich dachte ja, den musst du vielleicht zwei, dreimal töten hier, ne. Aber wenn du so ein die Gottesanbeterin fünf, sechs Mal töten musst, wo du überhaupt die Chance hast, ist kein X drauf. Dann ist es vielleicht auch noch cool gewesen. Habe ich eine Bombe mit? So, da ist meine Ausrüstung auch schon, äh, Payne. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Vielleicht finden wir noch irgendwie hier lustige Sachen. Ja. So, jetzt können wir nur nach hier hoch gehen. Müssten wir hier oben rauskommen. Ja. Wolfspinnen? Wie spät ist das überhaupt? 17 wird dunkel. Zu Hilfe. Zu Hilfe. So, du hängst da fest. Mein Schild ist gleich Payne. Ja, hier haben wir Stechmücken. Bei der Sicht müssten doch hier oben noch mindestens 20 davon rumeiern. Drei Stück, glaube ich, gab es hier oben mal. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es hier oben eine ganze Menge. Wieder eine goldene Karte mehr. Ja, komm. Ach, normale Stechmücken. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Na, komm schon. Na, ja, ihr seid jetzt keine Hindernisse. Das ist so einer. Was möchten sie denn? Die Hoden können auch weg. Mehr Brudeln. Kann ja gleich gucken. Rezepte. Okay. Ein Stack können wir mitnehmen. Ein Stack können wir mitnehmen. Ja, zumindest eine goldene Karte mehr. Wir haben doch hier irgendwo ein Versteck gehabt. Wo wir uns erst mal die Nacht und Unterschlupf gewähren können. Ähm. Hier hoch. Irgendwie gerade hier. Ja. Ja, ich glaube, hier war das. Jetzt ist es wieder eine goldene Karte mehr. Ich werde noch ein paar Skarabinenpanzer holen. Können wir irgendwas putzeln? Nö, wir können aber schlafen gehen. So, Leute. Und ich bin in die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Und ciao.